Hallo Leute, ich spiele jetzt weiter den Fußballmanager. Die Saison geht jetzt weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde mich immer liken, kommentaren, abo freuen. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Raus mit dem Ball. Nur raus aus dem Strafraum. Ja, das macht er gut. Per Kopf. Klasse gespielt. Die Stürmer beißen sich ja fast die Zähne aus an dieser Abwehr. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, und mit viel Gefühl. Die Stürmer beißen sich ja fast die Zähne aus. Der Gegner kommt ja gar nicht an den Ball ran. Da sieht er die Lücke. Nutzer die Chance. Und der geht rein. Und jetzt ist er drin. Ein paar Zentimeter höher und der Ball wäre von der Latte nicht ins Tor gesprungen. Pech für den Kipper in dieser Situation. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob der vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seite nicht warm. Da wird er jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung eingehen. Doch, jetzt müssen sie schnell umschalten. Von Defensive auf Offensive. So, jetzt wird's gefährlich. Also, über mangelnde Beschäftigung kann sich der Torhüter nicht beklaren. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, jetzt die Frage. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Also, wenn Sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen Sie sich was einfallen lassen. Ja, und weit geworfen. Ja, und der Ball spielt da weit nach vorne. Und solche Ballverluste können teuer werden. Und damit sind Sie wieder im Ballbesitz. Sieh ab, Junge! Ja, so schlecht sah das von hier oben gar nicht aus. Aber der Ball, das haben Sie gesehen, der geht dann doch relativ deutlich vorbei. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Riesenmöglichkeit! Ja, den kann er nicht festhalten. Ja, das war mal eine Gefahr. Jetzt ist es keine mehr. Der Ball ist geklärt. Es gab ja die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie. Deswegen drei Minuten Nachspielzeit. Ja, der könnte es nicht. Das war richtig. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. Also, bis dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klasse Kopfball Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber er kommt noch mal glimpflich davon sprich ohne verwarnung ein brutales faul das eindeutig mit einer karte bestraft werden muss jetzt müsste die flanke gleich kommen und wie ich sehe machen sich da eine reihe von spielern neben der seitliegenden gebaden so dass jetzt mehrere möglichkeiten den ball abzuspielen die flanke und damit sind sie wieder in ballbesitz und dann zeigt er übersicht und spielt den ball lang und genau so jetzt stellt sich die frage was stellt er mit der möglichkeit an er hat im prinzip alle optionen jetzt hat der trainer einige umstellungen vorgenommen ja klasse faustabwehr bei diesem eckball klasse wie er den freien mann sieht super pass los schießjunge achten jetzt brenz unhaltbar absolut unhaltbar genau unter die latte also der braucht zwar viele gelegenheiten aber irgendwann bringt er den ball dann doch irgendwie tor der ball aus der abwehr rausgespielt ja das talent der hat die technik er weiß wie man es macht jetzt muss die flanke kommen und der ist drin also das ist ja kaum zu glauben man haben wir das zuletzt gesehen sein zehnter treffer im laufenden wettbewerb ja eine weitere auswechslung des trainers seine zweite heute ja der keeper ist ganz klar der schwachpunkt heute in der mannschaft und jetzt hat er die räume ja so viel platz kann man ihm auch gelassen mein lieber mann da hat die abwehr aber glück gehabt der war schon auf und davon aber auf abseits entschieden der trainer war sich warm am rande des spielfelds und der trainer hat sich wohl jetzt entschieden mindestens mal eine auswechslung vorzunehmen so und jetzt nach dem ball hat er die möglichkeit eindeutige abseitsposition ganz eindeutig und jetzt muss der trainer reagieren bringt einen frischen spieler auf den platz und das sieht gefährlich aus er besteht sich da hat ein faul gesehen und entscheidet auf freistoß er findet den freien mann jetzt gehen sie zunehmend riesig hinein hinten aber hier nochmal im glück abseits so die spieler wärmen sich am rand des spielfelds auf anscheinend will der trainer hier zumindest eine auswechslung vornehmen 3 so Ja, und das sah gut aus, wer den Ball da geklärt hat. Und daraus könnte sich was entwickeln. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Und dafür Leistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückerubert. So und das gibt natürlich jede Menge Applaus, verdienten Beifall von den Rängen. Sechs Tore haben die Zuschauer gesehen, 3 zu 3, trennen sich die beiden Mannschaften. 4-4 und 3-3 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie kommen immer wieder rechtzeitig zurück. Und lasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Ja, und jetzt spielt sie mit viel Druck nach vorne. Ja, die Flanke war einfach nicht scharf genug gezogen. Überhaupt kein Problem. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Guter Spielzug. Ja, und der Ball rauscht am Pfosten vorbei. Erstklassiges Zuspiel. Jetzt hat er den Platz. Da wirft er sich dazwischen. Technisch sauber sein Kopfballspiel. Ah, gefällt dem Trainer. Ja, da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Das war eine Glanzparade. Das war eine hundertprozentige Chance, die er da vereitelt hat. Down der Torhüter drischt den Ball über das Fels. Klasse Zuspiel. Gut getimt und ganz genau. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Ja, Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne. Es gibt Eckball. So macht man das, so bereinigt man die Situation per Kopf. Und jetzt bloß weg mit dem Ding. Weg! Und genau so wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wer da. Beide Torhüter liefern hier bis jetzt eine tadellose Partie ab. Diszipliniertes Abwehrfahrt. So, dann versucht es sich jetzt in eine gute Position für eine Flanke zu bringen. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Die erste Abwehr ist fast vorbei und die Zuschauer haben noch keine Tore gesehen. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist... Und der passt genau in den Knick. Ja, da hat der Torhüter doch gar keine Möglichkeit, diesen Ball abzuwehren. Mit vollem Risiko. Abgezogen und dann genau in den Winkel. Ein tolles Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler. Hat nicht aufgegeben. Und jetzt hat er das Tor erzielt. Zur Pause steht es 1 zu 0. Ja, das war eine richtig interessante und spannende erste Halbzeit. Beide Teams mit exakt gleichen Spielanteilen. Schauen wir mal, ob sich das verschiebt im zweiten Durchgang. Schauen wir mal, ob sich das verschiebt im zweiten Durchgang im zweiten Durchgang im zweiten Durchgang im zweiten Durchgang. Schauen wir mal, ob ichυτ den Nummer beinhaltet. Z Discern, dass meiner Dregulierung liegt, Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Und die zweite Halbzeit läuft. Und das ist wichtig, dass der Torhüter mitspielt. Kein Problem. Weg mit dem Ball. Der ist gut, der ist lang und der kommt an. Klasse Zuspiel. Diese Abwehr macht heute keiner was vor. Bei der Torhüter macht das Spiel seines Lebens zum Unglaublich, was dieser Mann leistet. Bloß weg mit dem, was wird sich der Torwart gedacht haben. Ja, das war viel zu überhastet gemacht. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. Ein perfekter, weiter Ball. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Super Parade des Torhüters. Ein Stoß jetzt nach dem anderen auf sein Tor. Jetzt kommt es vor allem auf den Keeper an. Ja, tolle Parade. Das wäre ansonsten die Entscheidung gewesen. Ja, so ist das. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Ja, der Köpf nach vorne. Den Ball schlägt er jetzt aus dem Abwehrbereich heraus in die Offensive. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. So unnückiges Zweikartverhalten, da kommt er ein Tick zu spät und deswegen sieht er gelb. Das hat der Trainer einige Umstellungen vorgenommen. Wie will so ein Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen? Ganz weiter Ball vom Keeper. So, den Ball hat er sich förmlich vom Fuß geangelt. Das wird gefährlich. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. So, wen ist die Partie gelaufen nach dieser gelb-roten Karte? Platzverweis. Diese rote Karte könnte sie teuer zu stehen kommen. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, eine zweite heute. Oh, da wird er sauer sein. Gute Abwehraktion. Das war ganz souverän gemacht. Und der Lohn dafür, den Ball zurückerobert. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, warum denn nicht? Und ein super Tor! Ja, Tom, dieser Stürmer findet immer besser in dem Wettbewerb schon sein zweites Tor. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen. Denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm. Bereiten sich auf einen Einsatz vor. Die Spieler machen sich warm. Die Rande rücken im Spielfeld. Und er hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, und jetzt fragen sie sich, wie knacken wir diese Nuss, wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Ja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Wunderbarer Pass. Ja, das geht immer hin und her hier. Jetzt wieder in die andere Richtung nach der Balleroberung. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Jetzt müsste die Flanke in den Strafraum. Und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Bei denen muss er als guter Torhüter auch haben den Ball. Ja, da spielte der Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Der Schiedsrichter hatte einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz entscheidende Phase, Tom. Und dann so ein Freistoß, den darf man auch wirklich nicht provozieren. Da kann man hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenhauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ich glaube, jetzt überlegt der, schieß ich da ganz kurz. Zeigt ich da eine Karte oder nicht? Ja, und wenn es für diese Aktion keine rote Karte gibt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, da ist die Entscheidung, rote Karte. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch rangekommen ist. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt es auch. Gut, wie er den mit der Brust mitgenommen hat. So, jetzt ist es vorbei. 2 zu 1 der Endstand. 5-2. 5-2. Untertitelung des ZDF, 2020 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 der späte ball quer für die kaufballtechnik ja und so setzt man natürlich die abwehr unterdruck der flankenball war ja viel zu dicht vor das tor gezogen überhaupt kein problem für den keeper ja und da legt der torhüter seine ganze kraft in diesem ball und nach diesem fall bleibt dem schiedsrichter nichts anderes übrig freistoß das ist überhaupt keine gefahr der torwart suchte ein mitspieler auf dem flügel klasse gespielt ja jetzt könnte sich was entwickeln und achten sie mal drauf der wird gleich schon ja und so geht man in der zweikampf hat ihm der ball gleich wieder abgelupst klasse zuspiel jetzt hat er jetzt warten sie in der mitte ja das ja überhaupt kein problem für den torhüter diese flanke und das war schon toll dieser pass das ist ja unglaublich wie der die jetzt hat er den platz mit den fingerspitzen geklärt aber die situation ist noch nicht bereinigt und jetzt ist die frage können sie kapital schlagen aus dieser zahlen mäßigen überlegenheit ja da hat er den braten also freistoß gibt es auf alle fälle und jetzt warten wir ab ob es darüber hinaus auch noch die gelbe karte gibt ja und der schiedsrichter verhängt diese gelbe karte völlig zurecht faul ganz klar richtige entscheidung des schiedsrichters gelb ja das sieht gut aus und der lagerball findet auch noch einen mitspieler perfekt und das sind zwei mannschaften die neben sich nicht viel da können wir uns glaube ich auf die zweite halbzeit freuen nutzt er die chance den hat er gehalten und wie da war er mit den fingerspitzen noch dran aber das ist ja sowas wie ein torhüter spiel Mensch sind die gut aufgelegt heute brandgefährlich und raus mit dem ball aus der gefahrenzone wir haben das pausenresultat 0 zu 0 ja das ist doch ein tolles fußballspiel ein offener schlagabtausch beider mannschaften irgendwann müssen die tore ja mal fallen vielleicht im zweiten durchgang dann schauen wir mal wie die trainer ihre teams auf die zweite halbzeit eingestellt haben so wir sind bereit zur zweiten halbzeit die schiedsrichter auch die spieler sind alle da auf geht's da kann sich der spieler beim schiedsrichter bedanken dass er für diese aktion keine karte sieht jetzt muss die abwehr aufpassen den muss er jetzt verwandeln den muss er jetzt verwandeln den muss er jetzt verwandeln eine gelbe karte gibt es natürlich in jedem fall und der freistoß geht genau in die mauer die 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 auf den Ball gerichtet. Also mit dem Ball kann er den Torhüter nicht aus der Uhr bringen. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als ein Gegenspieler. Und schon hat er sich da durchgesetzt. Und achten Sie mal drauf, der wird gleich flanken. Und der Ball fliegt in den Strafraum. Da ist das Tor und die mitgereisten Fans können jetzt jubeln. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel läuft. So, und jetzt musst du diese Führung irgendwie über die Zeit bringen. Ja, ich glaube, das war schon richtig entschieden vom Schiedsrichter gespannt, da auf Abseits zu erkennen. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits, ja oder nein. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Schön mit dem Kopf. Klasse Schuss aus der Distanz. Ja, das macht er gut, per Kopf. Die Abwehr lässt bisher überhaupt keine Chance für die Stürmer zu. Kompliment. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Hat nur noch den abgewährt, aber das könnte noch was geben. Ah, klasse Aktion. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Jetzt kommt die Flanke nach innen. Ah, jetzt muss er raus. War kaltig, aber er hat den Ball. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, das war ein klasse Kopfball. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Ah, wieder so eine tolle Abwehrleistung. Mühe los, fängt der Keeper diese Flanke ab. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgeschoss. Und er bleibt in der gegnerischen Abwehrecke. So, das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. Ja, das war eine klasse Faustabwehr des Torwarts nach dieser Ecke. Herrlicher Pass. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds. Und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ich glaube, das war auch richtig so, dass er den Ball hier lieber wegfaustet, als dass er versucht, ihn zu fangen. Und das können sie. Präzise Eckbälle spielen. Das wird eine Gelegenheit. Achtung jetzt. Los, schieß Junge. Und Achtung, jetzt könnte es passen. So, das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab und sie haben gewonnen. Und das ist natürlich das, worauf die Fans gewartet haben. Und der Jubel kennt überhaupt keine Grenzen mehr. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns beiden für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss gelb geben. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team, also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Nee, nee, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart. Und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Die nächste souveräne Abwehraktion. Ja, wer bitteschön aus der eigenen Mannschaft hätte dieses Zuspiel verwerten sollen? Wartet der eigentlich noch? Könnte jetzt flanken? Ah, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhr. Gut gemacht vom Keeper. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Ja, vielleicht ist der Tor, was für ein Treffer! Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Okay, das ist eine knappe Führung, aber jetzt ist erstmal gute Abwehrarbeit gefordert. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Ja, das war ein klasse Kopfball. Das war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Und er passt den Ball weit nach vorne. Die Verteidigung spielt sehr diszipliniert. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Gut gemacht. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da musste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Für dieses Tackling sieht er gelb und das geht in Ordnung. Ja, Tom, ich finde ohnehin, dass der Schiedsrichter heute eine richtig schwere Aufgabe hat. Schon wieder so eine rühende Attacke und völlig zurecht wieder gelb. Jetzt hat der Trainer Einigungsstellung vorgenommen. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, für die Abwehr konnte es Probleme geben. Wenn er jetzt flankt, dann hat er eine Auswicklung des Trainers seine zweite Leute. Klasse von der Brot. Den muss er jetzt verwandeln. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Warum schießt er aus so großer Entfernung? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Das könnte jetzt gefährlich werden. Also Angst hat er nicht, der Keeper, wie der da in diesem Zweikampf geht. Aber bitteschön, da muss der auch einfach Kopf und Kragen riskieren. Ja, jetzt noch nichts. Aber auch gar nichts entschieden. Aber, schauen wir auf die Uhr. Es ist nicht mehr allzu lange zu spielen. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, was soll der Schiedsrichter da anderes machen, als die gelbe Karte zu zeigen? Der gefaulte Spieler war weit entfernt vom Ball. Foul, ganz klar. Richtige Entscheidung, die Schiedsrichter. Das Gelb. Abwehr muss sich jetzt auf die Flanken vorbereiten. Und was für ein Tor. Fantastisch, wie er dieses wichtige Tor gemacht hat. Kein Wunder, dass er sich jetzt so freut. Und seine Freistöße aus dieser Entfernung sind immer brandgefährlich. Jetzt ist sie gespielt. Raus mit dem Ball. Nur raus aus dem Strafraum. Das Spiel ist zu Ende. Es bleibt beim Remis. Und so richtig wissen sie noch nicht, wie sie drauf sind zum Auftakt dieser Saison. Das Spiel heute hat noch keinen Fingerzeig gegeben. So, Tom Beyer sagt Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann. Ich habe garantiert den M 벽 zu machen. Jetzt bis zum Schau посмотр ich. Und jetzt wird es schon so oft ein Schauspieler. Und dann können Sie auch die Flanken schtreten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Ja, und jetzt spielt sie mit viel Druck nach vorne. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Absturz. Ja, wie soll man diesen Abwehrriegel aus den Angel heben? Keine Chance. Und das sieht gefährlich aus. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat. Hat den Ball zu hoch erobert. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Ja, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Super Pass. Oh, warum geht der denn da so rein? Das muss Freistoß geben. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken im Strafraum. Da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Das war eine klasse Parade des Tuiters. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Tja, und das hat natürlich Platzverweis zur Folge. Nach der ersten gelben Karte jetzt die zweite. Und das heißt, nach dem Fußball-Einmacht. Ja, und die Mauer ist goldrichtig postiert. Achtung, jetzt brennt's. Und das passt. Und der ist drin. Und die Fans sind da am Feier. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Und jetzt darauf haben die Fans noch gewartet auf so ein schönes Tor. Also wenn sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen sie schon sehr optimistisch sein. Jetzt hat der Trainer einige Umstellungen vorgenommen. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist ein Geld nun wirklich wert. Ja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, das macht er gut. Per Kopf. Ja, der ist gut, der ist lang. Und der kommt an. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. So, jetzt wird's gefährlich. Tor! Na, und hören Sie mal, was jetzt auf den Regen los ist. Ein wunderschöner Treffer. So, das war schon sein zweiter Streich heute. Und wir sind gespannt, ob er heute nochmal zuschlagen kann. Der Mann war frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Ritz-Leute. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Gute Möglichkeit zum Flanken. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ja, solange er den Ball nicht verliert, ist es ja gut. Andererseits konnte er jetzt mal abspielen. Und schon wieder, eine tolle Parade des Keepers. Das ist natürlich ganz wichtig. Der Torhüter hilft seinem Team mit diesen Paraden in einer schwierigen Phase. Und so sieht ein Pass aus. Schöner Pass. Und jetzt muss der Trainer reagieren. Bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Gefährdigt sie ab, Junge. So, jetzt eine gute Flanke. Und dann wird es ganz eng für die... Ich glaube, das war auch richtig so, dass er den Ball hier lieber wegfaustet, als dass er versucht, ihn zu fangen. Mit der Brust angenommen und sofort auf den Fuß abgelegt. Ja, und der ist noch ein Spiel. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Ja, für die... Los, Schieß, Junge. So, jetzt wäre die Gefahr erst mal. Und dieses 3 zu 0 spricht eine klare Sprache. Und es ist auch verdient. Und jetzt wäre die Gefahr, die Gefahr nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Abseits, geht wieder los. Und die zweite Halbzeit läuft. Ein Weltklasse-Pass. Klasse Stellungsspiel. Oh, klasse, der lange Ball. Ja, der ist der Spezialist für solche Bälle. Weit, und der geht an die Latte. Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat. Ja, schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl Abseits. Und wir schauen uns noch mal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Ah, da steht er vollkommen frei. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, da gibt es auch keine Proteste von den Fans. Das muss gelb geben. Hoffentlich liegt hier keine ernsthafte Verletzung vor. Das war ein ganz böses Foul. Der hätte man nach meiner Meinung sogar rot zeigen können. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Flanke kommt. Was für ein Tor! Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, macht der hier noch eins? Das war schon sein zweiter Treffer. Ja, den will anscheinend niemand anders. Dann nehme ich ihn halt. Und das sieht gefährlich aus. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ja, bloß weg damit. Wer passt auf den Mitspieler. Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Es gibt Abschluss. Da muss man dem Schiedsrichter auch mal einen Vorwurf machen. Also sowas muss er sehen. Das war für jeden, dass ich nicht hier im Stadion ein klares Foul. Und das muss die gelbe Karte geben. Oh, da hätte er sich über eine andere Kartenfarbe nicht beklagen können. Das war, der sah gefährlich. Jetzt die Augen nur nach... Ja, sowas sehen wir hier nicht gerne. Klare Sache, Freistoß. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Völlig frei kann er sich da bewegen. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Echtbar. Ja, klasse. Die Faustabwehr des Torwarts. Genau richtig. Weltklasse vom Schussmann. Oh, das sieht ganz gefährlich aus. Er läuft auf das Tor zu. Das sieht eigentlich gut aus. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Und der geht rein. Und jetzt ist er drin. Wunderbar. Einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Ja, steht mindestens eine Auswechslung. Bevor ist von hier oben leicht zu erkennen. Und die Reservisten machen sich warm jenseits der Seiten aus. Also wann siehst du heutzutage schon mal noch einen lupenreinen Headtrick? Heute. Ja, heute. Das war sein drittes Tor. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Natürlich wollte er den Ball treffen, aber er hat den Gegner erwischt. Und deswegen korrekte Entscheidung gelb. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder. Und es war gut geklärt. Und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegner angriffe ein. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds. Und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, sie machen hinten die Räume ganz eng. Ja, und das ist doch ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch. Und der setzt sich durch. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Ja, leichtsinniger Ballverlust, aber bitte davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, da geht er ganz offen über sicher. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Gefährliche Einten, jetzt hat er den Platz. Und jetzt versteht man hier sein eigenes Wort nicht mehr. Die Fans sind außer Rand und Band über dieses Tor. Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. Und jetzt sind sie ausgekontert worden. Ja, man kann schon fast sagen, nach Strich und Faden. Das ist schon souverän, wie sie hinten in der Abwehr stehen. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Und mit solch langen Wellen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Da ist der Schlusspfiff. Mann, das war eine spannende Partie. Am Ende heißt es 4 zu 3. Mann, das war eine spannende Partie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Nochmal ganz deutlich. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war eigentlich mehr ein Klärungsversuch als ein gezieltes Zuspielen. Guter Spielzug mit der Flanken. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Gut gesehen. Jetzt die Augen 0 und jetzt geht was für eine Reaktion. Ja und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach hinten ziehen. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation gekehrt. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Und jetzt muss der Trainer reagieren. Bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Klasse Ball und das über diese Entfernung. Und daraus könnte was werden. Ja und wenn es spielerisch mal nicht läuft, dann kann man es doch mal mit einem Distanzschuss probieren. Ne, also da gibt es morgen mit Sicherheit im Training eine Zusatzschicht. Dieser Schuss war aber sowas von schwach. Und sie versuchen weiterhin die Führung auszubauen. Ist von der Einstellung her auch richtig. Wunderschönes Zuspiel. Ja und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, so ist das. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. So, zumindest die Fans der einen Mannschaft sind natürlich zufrieden. Und zwar die, von der die 5 zu 2 gewonnen hat. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dafür hat er das auge klasse gespielt jetzt muss man langsam die hereingabe kommen bei den muss er als guter torhüter auch haben da gibt es wenig platz für die angreifer jetzt und sie machen die räume das ist ein web so jetzt wird es gefährlich und er trifft den pfosten hier hat nur noch den torwart vor das erste tor ist da was war denn das für ein ding unglaublich also der braucht ja eine ganze menge torchancen aber irgendwann trifft er dann doch so wie in dieser situation ja das sieht gut aus so eine gelegenheit bekommt er heute nicht mehr sie ab junge und das sieht so leicht aus so locker wie der mit dem ball umgeht gut geklärt fair gemacht souveräne abwehrarbeit und die entfernung war beträchtlich trotzdem kommt der ball an jetzt hat er den platz ja der ist noch heiß so macht man das so bereinigt man die situation und klasse dass der ball auch noch den richtigen adressaten findet das wird gefährlich gut aufgepasst aufmerksam wir haben die situation richtig eingeschätzt den ball zurück erobert ja der kann es einfach der kann es was diese langen bälle angeht und so sieht ein pass aus also das ist schon klasse diese abwehrarbeit und der trainer ist hoch zufrieden wie seine hintermannschaft steht ja 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 und er steht sich da unterbricht das spiel und entscheidet auf freistoß und das sieht gefährlich aus ja da sagt der abwehrspieler vielen dank bei einem solchen flankenwart ja ja da geht er auf nummer sicher das ist auch richtig so ja bloß weg damit ja das hat er gut gesehen und jetzt hat er die räume ja so viel platz kann man ihm auch nicht lassen und der kopfball nach vorne bringt jetzt neuen schwung war eigentlich schulmäßig der kopfball aber am ende fehlt ein paar zentimeter ja ja zuschauer haben bislang erst einen treffer gesehen spielstand also logischerweise 1 zu 0 und damit geht es jetzt in die halbzeitpause und die zweite halbzeit läuft ja schönes zu spiel jetzt das könnte jetzt gefährlich werden w Perdeld Achtung genau in den lauf Achtung genau in den lauf Aachung genau in den lauf Das war eine klasse Parade des Torhüters. Ein Weltklasse-Pass. Ja, solange er den Ball nicht verliert, ist es ja gut. Andererseits konnte er jetzt mal abspielen. Ja, worauf wartet er. Achtung, jetzt brennt's. Es gibt Abschluss. Und da hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Und der Ball ist im Netz. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. Ja, also wenn Sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen Sie schon sehr optimistisch sein. Und damit öffnet er das Spiel. Gut nach vorne gekröpft. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Ja, das war ein klasse Kopfball. So, das ist jetzt für den Angriff eine gute Ausgangsposition. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Was für eine klasse Tat. Also wenn Sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen Sie... Das ist ja schon sagen. Also wenn Sie das an den explores passionieren. Also, ein ein bisschen... Ist ja schon wieder... Ich habe jetzt ein klasse untertitelt. Jetzt bin ich ein prassier. schön gemacht da merkt man dass die eingespielt sind war es für ein tor wunderbar einfach wunderbar ein wunderschönes tor spielfelds trainer hat sich wohl jetzt entschieden mindestens mal eine auswechslung vorzunehmen der trainer einige umstellungen vorgenommen da eben stand sie noch selbst am rande eines gegentores und jetzt haben sie selber tor gemacht und damit sind sie wieder im ballbesitz und ganz sicher das zu spielen und da musst du die lücke erstmal finden die stehen hinten so kompakt ja jetzt könnte ich was entwickeln und das war ein unglaublicher reflex des keepers das war doch eigentlich nach einem sicheren tor aus aber der keeper hat ausgezeichnet frei nach vorne geschlagen alle angreifer sind jetzt in der gegnerischen hälfte postiert das ist überhaupt kein problem für einen keeper schwache flanke ja und da liegt der torhüter seine ganze kraft in diesem ball und jetzt muss er schießen den hat er vielleicht nicht voll getroffen deswegen geht der ball klar am tor vorbei ja ich kann von meinem kommentatorplatz aussehen liebe zuschauer dass ich da die gewissen neben der seitlinie warm machen das wird jetzt wohl zumindest eine auswechslung geben aber ein ganz schlechter flankenball das war nicht einfach auf die distanz genau den eigenen mann anzumisieren ja und der flankenball war ja viel zu dicht vor das tor gezogen überhaupt kein problem für den keeper weg mit dem ball und jetzt heißt abwehr aufgepasst ja die frage ist nur ja nützt das was oder ist das im prinzip eigentlich nur ergebniskorrektur ja und jetzt muss er neue impulse setzen der trenne und womit macht man das mit einer auswechslung bringt einen frischen spieler auf den Platz oh das ist unglaublich diese technik ein klasse tor also der braucht zwar viele gelegenheiten aber irgendwann bringt er den ball dann doch irgendwie im tor unter klasse wie sie den ball zurückgeholt haben guter einsatz vom pfosten zurück ins feld da hat die verteidigung aber geschlafen und die zuschauer sehen auf diese abwehr ist verlassen so dass jetzt mehrere und da war wieder auf dem posten während sich der andere torhüter langweilt macht er hier eine tolle parade nach der anderen ohne ihn ja das war ja eine ganz souveräne eine sichere vorstellung verdientermaßen geht diese mannschaft deswegen als sieger aus der partie hervor so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klare Entscheidung des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Zieh ab, Junge. Ja, und der ist noch im Spiel. So macht man das, so bereinigt man die Situation per Kopf. Guter Pass genau auf den freien Mann. Und jetzt muss er schießen. Aber eine bessere Möglichkeit wird er heute nicht mehr bekommen. Und der ist drin. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. Ja, das sieht gut aus. Ja, und so ist das, wenn man den Gegner früh angreift, dann kommt man selbst wieder schnell im Ballbesitz. Und daraus könnte was werden. Ja, und mit dem Tackling hat er eine hundertprozentige Torchance vereitelt. Und der Ball ist drin. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Gute Erkenntnis. Das wird sich gleich etwa. Der Trainer wird mindestens ein inzwischen machen. Also dafür hat er auch gerackert. Für dieses Tor. Das er jetzt endlich, endlich erzielt hat. So, jetzt kann der Torwart erstmal entspannen. Sie versuchen die Führung auszubauen. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Kraftvoller Anstoß. Raus aus dem Flügel. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ah, klasse Aktion. Und das müsste jetzt den Treffer geben. Und bei der Gelegenheit muss in der Pass. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Na, einen besseren Einstand kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt und gleich ins Tor getroffen. Völlig frei kann er sich da bewegen. Ja, der muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Oh, das war ein guter, langer Ball. Und jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Der weiß, wie man es macht. Und was für ein Tor. Wir schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Und der Trainer zeigt es an da unten. Es kann jetzt nur noch nach vorne gehen. Ausgleich muss her. Eine Minute nach Sprech. So, jetzt wird es gefährlich. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung noch mal ganz deutlich. Da kommt er irgendwie mit dem Fuß noch an den Ball. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, da gibt es jetzt gelb. Und der Gegner könnte sogar verletzt sein. Also ein anderer Schiedsrichter hätte für diese Aktion den Spieler vom Feld geschickt. Also wenn es nach den Fans gegangen wäre, dann hätte der Schiedsrichter schon länger abgepfiffen. Und jetzt ist der Abpfiff endlich da. Ein knapper Sieg. Und der Torhüter ist dran und wehrt den Ball ab. 120 Minuten haben sie alles gegeben. Und jetzt verlieren sie, weil er im entscheidenden Moment die Nerven nicht hat. Bis zum nächsten Mal. 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 Aber das macht die Abwehr aus. Gutes Stellungsspiel in dieser Squatsville. Und jetzt geht er vorbei. Jetzt ist er da. Tolle Parade. Das Ding war eigentlich unerhaltbar. Aber eben nur eigentlich. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Und den langen Ball, den zirkelt er perfekt. Der muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Klasse Zuspiel. Gut getimt und ganz genau. Erst mal raus das Ding hinten. In diesem Fall mit dem Kopf. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Ein großartiges Zuspiel. Absolut Spitze. Da macht ihm keiner was vor in Kremling. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Für den Stürmer natürlich bitter. In der Abwehr steht sie gut. Super Pass. Super Pass. Nur raus damit. Einfach weg aus der Gefahrenzone. Und daraus könnte was werden. Wäre das ja überhaupt kein Problem für den Abwehrspieler. Klug gespielt. Ja, klasse Abwehrleistung. Und jetzt drängen sie nach vorne. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Nerven bewahren. Und bei der Gelegenheit muss er jetzt hier das Tor erzielen. Und er steht sich da, unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Das ist viel zu einfach für einen Torhüter. Viel zu einfach. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ja, das war ganz sauber gemacht. Klasse. Ja, das wird gefährlich. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Zieh ab, Junge. Völlig falsch eingeschätzt, die Situation hier. Ja, es kann nicht immer alles klappen. Nein, das war abseits. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Schön gemacht. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Schön weitergeleitet. Klasse gespielt. Oh, das könnte abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, und dafür hat er das Auge klasse gespielt. Und jetzt versuchen... Oh, da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Und wenn sie weiter so drum machen, dann... Also, Halbzeit jetzt. Und es steht 2 zu 0. Ja, die Hälfte ist rum. Sie haben gut gespielt, hatten viele Chancen, haben einige Tore geschossen. Also, da spiegelt doch das Halbzeit-Ergebnis ganz deutlich wieder. Und jetzt geht's... Ja, die Hälfte ist halt nicht gut. Ja, okay. So, von uns aus kann es wieder losgehen. Hinein in die zweite Handzeit. So, wir sind bereit zur zweiten Handzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Er findet den freien Mann. Wetterflanken. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und was für ein Tor. Was für ein Tor. Was für ein tolles Tor. Also, der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Tja, die Idee war ja nicht schlecht, aber der lange Ball landet halt nicht da, wo er eigentlich hin soll. Freistoß und da hat er Glück, dass der Schiedsrichter nicht die gelbe Karte hat. Gut gemacht vom Keeper. Gute Möglichkeit zum Flanken. Was für eine Übersicht. Und jetzt heißt es Abwehr. Aufgepasst. Er zieht die Flanke nach innen. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, das sieht gut aus. Ja, worauf wartet er eigentlich noch? Könnt ihr jetzt flanken? Ja, was für ein Pass. Da beweist er Übersicht. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Raus mit dem Ball. Nur raus aus dem Strafraum. Das hat er gut gesehen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Klare Sache, das muss die gelbe Karte geben. Und hoffentlich hat er sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Ganz schwache Flanke. Er trifft den Pfosten. Wunderschönes Tor. Wunderbar einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Und er spielt hier die Abwehr förmlich, schwindlig. Schon sein zweiter Treffer in dieser Partie. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Ah, das war ein schlechter Flankenball. Klasse Ball und das über diese Entfernung. Das ist ja unglaublich. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Zauberes Kopfballspiel. Zauberes Kopfballspiel. Zauberes Kopfballspiel. Jawohl. Jäbchen奇. Säbel Vaquebäden. Achtung! Da ist es. Ja, den Ball holt er dem Gegner förmlich vom Fuß. Ja, keiner von beiden wollte zurückziehen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, der Schuss geht genau in die Mauer. Der Ball zischt daneben. Wir wollen die Führung weiter ausbauen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung. So, die Spiele. Ja, technisch sauber, sein Kopfballspiel. Unglaublich, wie er den Kopfball abgewählt hat. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Ja, klasse, wie der andere Spieler das gemacht hat. Hat den Ball zurückerobert. Den Ball hat er nicht berührt. Den Gegenspieler dafür umso mehr. Also Freistoß. Ja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Gute Aktion. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, es gibt verdientermaßen Applaus. Toller, langer Ball. Ach, viel zu spät, wie er da reingeht. Aber er kommt noch mal glimpflich davon. Sprich, ohne Verwarnung. Na bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Ja, des Bändisch. Ja, logs in Breaking Bad. Geht ihr probability? Nein, dann sage fa wie der die Kapp建 경anáte. Abschے JB Geht ihr pneumonia vom Fremsspronieren? Ja, das gehört zu Costa Rica. Ja, wir gut. Da gibt eine Dachyote. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Hey, werden noch zwei Minuten nachgespielt. Das ist ja Weltklasse, wie die da hinten stehen, wie perfekt die organisiert sind. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und der Ball ist drin, das gibt es doch gar nicht. So kurz vor dem Schlusspfiff. Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. Und jetzt ist die Frage, reicht das mit der Führung kurz vor Schluss? Das war zum Schluss noch wahr und ganz eng. Mein lieber Mann, aber bitte schön, gewonnen ist gewonnen. und wenn's zum Schluss getrun with und entspricht das bis zum Schluss. Das war dann ein normaler années. Bis zum S Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. So, jetzt muss er den Ball nach hinten ziehen. Ja, dann sagt er, der passt perfekt. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Der Verteidiger muss da die Kritik sich schon gefallen lassen. Er ist schuld an diesem Treffer, keine Frage. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. 2 zu 1 der Pausenstand, aber die Messe ist noch nicht gelesen. Eine Hälfte ist ja noch zu spielen. 2 zu 1 der Pausenstand, aber die Messe ist noch nicht gelesen. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken. Nur Freistoß. Ja, das sieht gut aus. Klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat. Hat den Ball zurückerobert. Und klasse, wie der Ball jetzt da über mehrere Stationen läuft. Das war ein ganz böse Foulspiel. Kein Problem für den Torhüter. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. Ja, vielleicht ist... Und er trifft. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, macht der hier noch eins? Das war schon sein zweiter Treffer. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, der war gar nicht so leicht anzunehmen. Hat er aber gut gemacht mit der Brust. Ja, ich glaube, das war schon richtig ich. Entschieden vom Schiedsrichtergespann, da auf Abseits zu erkennen. Gute Abwehraktion. Das war ganz souverän gemacht. Und der Lohn dafür, den Ball zurückerobert. Ja, technisch sauber sein Kopfballspiel. So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Deutliche Abseitsstellung hier. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Riesenmöglichkeit. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Guter Pass, mit viel Übersicht gespielt. Ja, das ist ja eine ganz lockere Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war Abseits. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. Und irgendwie bringt der Verteidiger dann auch den Fuß rein. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Also wenn die Flanke so dicht vor das Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Klasse Pass und jetzt hat er Platz. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Nicht schlecht. Und nach dieser Aktion muss der Schiedsrichter Freistoß gehen. Spieler machen sich warm, am Rand des Spielfelds und der Trenner. Und jetzt muss er schießen. So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. So, jetzt warten sie in der Mitte auf seine Hereingabe. Genau auf den Keeper. Ganz gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Von noch jenseits der Seitenlinie. Das war kein guter Eckball. Der zieht den Ball zu nah ans Tor. Kein Problem für den Keeper. Klug gespielt. So, in Ballbesitz sind sie. Aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Das ist ja nicht zu fassen. Alle drei Unparteiischen scheinen dieses brutale Foul nicht gesehen zu haben. Klasse Aktion war eindeutige Abseitsposition, ganz eindeutig. So, die Spieler fernen sich am Rand des Spielfelds auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Jetzt hat er den Platz. Und er trifft die Latte. Ja, da geht er ganz auf Nummer sicher. Und so viele Spieleunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur zwei Minuten nachgespielt. Ja, und mit viel Gefühl Impfkunde. Die Weltklasse vom Schlussmann. Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat. So, jetzt kommt die Flanke. Aber genau auf den Torwart. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. So, da ist der Schusspfiff. Und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Der Torhüter spielt den Ball. Und der Torhüter spielt den Ball. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da gibt es mehrere Mücken. Ach, da sieht man mal, was dieser Torhüter drauf hat. Ganz sicher nimmt er diesen Ball auf. Die ersten 45 Minuten sind vorüber. Spielstand 2 zu 0. Das Halbzeitresultat ist keine Überraschung. Sie haben sich in den ersten 45 Minuten einfach mehr Chancen erarbeitet. Ich denke, die Führung geht völlig in Ordnung. So, von uns aus kann es wieder losgehen. In die zweite Halbzeit. Ja, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. In solch einer Situation fehlt was. Das kann teuer werden. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken und direkt auf den Verteidiger gespielt. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Weltklasse, unglaublich toll. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. So, und sie haben vielleicht schon gar nicht mehr dran geglaubt, aber nach diesem Anschluss-Tor ist hier noch alles möglich. Und das sieht klasse aus, was die da unten spielen. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Souverän geklärt. Und das war gut gespielt. Ja, passt. Spiel gehört zu seinen Stärken. Ich habe nutzt er die Chance. So, jetzt ist er frei durch. Ja, das war mal eine Gefahr. Jetzt ist es keine mehr. Der Ball ist geklärt. So, jetzt wird es gefährlich. Und da war er wieder auf dem Posten. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment. Der Torhüter hat toll aufgepasst. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarmen. So, unglückliches Zweikampfverhalten. Da kommt er einen Tick zu spät. Und deswegen sieht er gelb. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Ja, Klasse direkt umge- und jetzt geht er vorbei. Jetzt ist er da. Der Ball ist noch heiß. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Der Ball ist noch als Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Ja, jetzt die Frage. So eine gelegen. Das war richtig knapp. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft. Und hat drei frische Spieler. Und er findet den freien Mann. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Eine unführe Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Ja, Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen Sie wirklich aufpassen. Nicht, dass das so weitergeht. Und wie ich sehe, man muss sich da eine Reihe von Spielern neben der Seite gewarmen. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine auswachsen. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, Freistoß. Unnötige Aktion hier vom Abwehrspieler. Das war ein klares Foul genau vor der Strafraumbrenze. Also da, wo man eigentlich nicht faulen sollte. Das ist eine richtig gute Freistoßposition. Ja, ein schöner Pass. Oh, der sah richtig gut aus dem Schuss. Er trifft! Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! So ist das im Fußball. Die eine Mannschaft hat den Gegner scheinbar im Griff, aber eben halt nur scheinbar. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers. Seine zweite heute. Richtig so. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Das war ein guter Kopfball. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf. Ohne Frage. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das abseits? Spieler machen sich warm. Am Rande des Spielfelds. Und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Gute Abwehraktion. Das war ganz souveräte Macht. Und der Lohn dafür, den Ball zurückherum machen. Da sieht er die Lücke. Ja, da musst du erst mal durchkommen. Klappt nicht. Ah, da steht er vollkommen frei. Na, klasse Kontermöglichkeit jetzt. So, jetzt müsst du den Ball da reingeben. Ist gut zu erkennen, dass sie... Und da musst du die Lücke erst mal finden. Die stehen hinten so kompakt. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist ein Geld nun wirklich wert. Und jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Wenn da drin gewesen wäre, der Ball, dann wäre der Spieler jetzt hier der Liebling der Fans. Guter Spielzug. Ja, sie machen hinten die Räume ganz eng. Der Schießlichter pfeift ab. Und die Mannschaften trennen sich verdientermaßen unentschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er findet den freien Mann. Ganz alleine stand er da, ganz alleine, aber leider halt auch im Abseits. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Ah, wunderbar gesehen. Achtung, jetzt brennt's. Ja, davon hatten wir heute schon reichlich erneut ein Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich und der Trainer sollte mal... Ja, das ist klar, bis bald total neben sich. B Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Oh, die Gefahr ist noch nicht vor. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Dankbarer Ball für den Keeper. Ja, bloß weg damit. Oh, Schießjunge. Er trifft. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Das ging ganz schnell. Eben noch hinten, jetzt schon wieder vorne und der Ball ist drin. Und er findet den freien Mann. Ja, das war nichts. Abseits. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Wunderbarer Pass. Abseits pfeift der Schieds. Oh, warum geht der denn da so rein? Das muss Freistoß geben. Sauber geklärt vom Torwart. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Fels. Damit der zweite Wechsel läuft. Und der Ball ist im Netz. Das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. So, das war schon sein zweiter Streich heute. Und wir sind gespannt, ob er heute nochmal zuschlagen kann. Und jetzt muss er schießen. Und der passt genau in den Knick. Das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. So sieht Konterfußball aus. Blitzschnell. Das gesamte Spielfeld überbrückt. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. So sieht ein klasse Pass aus. Schön per Kopf weitergeleitet. Klasse gespielt. So, den muss er jetzt verwandeln. Feldklasse vom Schussmann. Tja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn halt die andere Mannschaft. Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass er dafür nicht noch gelb kriegt. Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen. Denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm. Bereiten sich auf einen Einsatz vor. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel drei Treffer zu erzielen. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Ja, das war klasse. Ja, da musst du erst mal durchkommen. Klappt nicht. Der Trainer wechselt aus. So, der hat jetzt mehrere Möglichkeiten, den Ball abzuspielen. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhr. Und der Torwart denkt sich bloß erst mal raus aus der Gefahrenzone. Ja, und dafür hat er das Auge klasse gespielt. Und da schnappt die Abseitsfalle zu. Geschickt gemacht von der Abwehr. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Schöner Pass. Ein perfekter weiter Ball. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und ich bin sicher, das sollte ein ganz anderer Ball werden. Guter Spielzug. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Der Torhüter auf der anderen Seite, der kann ja fast schon ein Nickerchen machen. Dieser hier, dieser nicht. Eine Parade nach der anderen. Die Führung nur dank ihm. Und das wird gefährlich. Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin stehen. Erstklassiges Zuspiel. So haben sie das im Training geübt. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung geben. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. So, Tore satt. Zumindest die Fans der Einenmannschaft können sich über das Endergebnis freuen. Es lautet 6 zu 2. Ja, ich will. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. Und es gab ja die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen drei Minuten Nachspielzeit. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Nee, nee, der geht nicht ins Tor aus, an den Pfosten. Oh, das sieht schön aus, das hat er gut gemacht und jetzt müssen sie hinten aufpassen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Ja, das sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Klasse Aktion. Also wenn die Flanke so dicht vor das Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. So, Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Und bei beiden hat es zweimal geklingelt. Endstand logischerweise 2 zu 2. Und bei auf und bei von Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020